mit dem das nicht so dass mich von diesen Fressen der Perfekt Arno und willkommen zu einer Runde SG 64 ich bin wieder allein nicht auf Tatooine weil die Mappgarten nicht zur Verfügung waren äh ja ich hallo ich bin ich stehe die Verte darauf reingefallen was es tatsächlich gedacht haben wegen dem Textepeck und wegen dieser Begrüßung die ich ja ähnlich war schon krass ich habe übrigens mir gerade noch mal die Promo für dieses Steakpack das Steakpack ist immer richtig cool ne weil ich hier auch noch kurz an der Stelle ne hast du richtig cool gemacht lieber Stegi falls du das siehst wovon ich extra felsenfest aussehe weil äh ich eigentlich echt durch ganz YouTube polarisiere das wundert mich eigentlich echt dass ich noch keinen YouTuber draufgekommen hab weil ja eigentlich echt mich kennt ja schon so ziemlich jeder und ich werde auch für Leute dieses ekelhafte Targeting ok das ist jetzt gerade nicht der Fall ich hab da echt Glück gerade aber es dreht mich langsam echt auf weil die Leute mir immer hinterher rennen weil irgendwie jeder jeder guckt das ist so krass jeder guckt den Spaß aber ohne Witz wir polarisieren also wir Entschuldigung der Kanal ist ja zu zweit Lennart du Wichser lad mal was hoch und äh ich hab eventuell sich durch bis zum zwei kommentaren gab zu einer ohne Witz das ist richtig richtig cool und ich hab gerade richtig krass veräumt aber juckt mich nicht dann kommt nicht so gut und die Combo die Combo hier ist Combo des Todes oder ja Double Kill ähm Fick die wird Fick die Noten und die Noten oben drauf das Lied geht wirklich ums Spaß ähm ich bin echt motiviert gerade ne ich merke schon selber Alter ja auf jeden Fall vielleicht ist es euch auch gefallen aber die Mikrofonqualität ist deutlich besser ne nicht deutlich aber ein bisschen besser auf jeden Fall weil ich hab endlich ein halbwegs vernünftiges Mikrofon das ist immer noch nicht wirklich gut das weiß ich aber es ist halt ja es ist besser und ich hoffe dass ja das ist gut das ist besser ja du bist kommen dass mir jetzt nicht mehr ich bin jetzt hier zu selbst erlutscht und meine mit essen wo schuldig ich weiß nicht Ich rege auch nicht. Fuck. Das ist mein Tod. Ich habe echt zu lange gebraucht mit dem Aussortieren. Ich hätte echt auf die Iron Chest scheißen sollen. Einfach weggesungen. Och scheiße, Mann. Sehr schön. Ja, geht's vorher. Bitte, bitte, danke schön. Lass mich, bitte, lass mich voll essen. Fuck, perfect. Das funktioniert so, wenn ihr solche Geräusche dabei macht, sonst klappt das nicht mit dem Vollessen. Vielleicht können wir das ja noch machen. Dankeschön. Es tut mir jetzt ein bisschen leid, dass ich hier so heftig am Spam bin, aber... sonst übernehme ich das nicht. Er gibt auch nicht auf. Er ist ein aktiver Spieler. Ja, isst du mal ruhig. Von jetzt halt. Ich habe vier Herzen. Ganz ehrlich, ich kämpfe nicht gegen den. Das würde mir, glaube ich, auch keiner übel nehmen. Obwohl, ich denke mal, er ist jetzt gerade so auf... sechs Herzen. Ja, doch. Obwohl, mehr hat ja auch gegessen. Ja, ich kann ja nicht abschätzen, wie viel er hat. Wahnsinn. Ich glaube schon, dass das Feuerzeug ein bisschen was gezogen hat. Oh, das war... Ja, doch. Hat gereicht. Fuck. Fange ich da auf nichts Wasser rein. Na, scheiße, ist der Hit. Bleib weg. Bleib weg. Habe ich feine? Ich habe kein Essen, wenn der ja gut kommt, dann kämpfen wir jetzt. Komm, 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 Alter, komm, das war nice. Das war echt nice. Also, ohnehin, dafür will ich jetzt bitte Respekt jetzt. Schreibt mal bitte alle, ich habe Respekt vor dir in die Kommentare. So, wie sieht... Ich will jetzt mal kurz sehen, wie die Eisnerx aussieht. Ja, die sieht cool aus. So, ich habe hier noch gar nicht gesehen. Ich spiele jetzt auch gerade irgendwie... Es ist eine meiner ersten Runden erstmal mit dem Pack jetzt, deswegen. Das, das war echt. Das war jetzt echt cool. Die Combo am Ende war echt nice. Aber mit so... Ah, da hat er so... Ich bin schon ein bisschen stolz auf mich gerade. Jo. Und ich glaube, ich habe wieder gesungen. Kann das sein? Also, ich habe einfach ultra den Ohrwohn im Moment. Und ich fange generell, so, wenn ich anfange zu kämpfen, fange ich generell irgendwie voll gerne mal an, irgendwie zu rappen oder zu singen oder so. Ich weiß auch nicht, warum das so ein Tick von mir. Ich glaube, ich habe gerade wieder gesungen. Ist dem so. Und es ist richtig gut, dass ich die Feuerzeugung komme. Habe ich Feuerzeugung? Ich weiß... Ne, habe ich nicht. Das war jetzt so und davor. Ich habe davor schon ohne gespielt. Ich spiele auch off-screen. Hattet ihr nicht gedacht, ne? Ja. Immer geht das Essen wieder aus. Ich glaube, soll ich mir ein Feuerzeug drauf noch auf Eisenschalt warten? Ich nehme mein Feuerzeug. Die beiden kommen mir nicht. Jetzt ist es, glaube ich, besser. Weil ich spiele echt gerne damit. Und ich habe... Wie viele Pfeile habe ich hier? Die tun uns um den Last. Wir sind die noch. Die sind auch echt geil. Also, das Pack ist echt richtig cool. Also, Stege, Respekt an dich. Also, es gefällt mir richtig gut. Hast du gut gemacht. Also, ich kannte die Stegpacks davor ja auch. Die waren ja auch gerne, weil das ist jetzt echt so das Geilste. So, weil hier eben... Bei denen davor, das war ja im Prinzip nur so ein... Ein bisschen... Also, nein, die waren cool. Wirklich, also, das ist jetzt nicht irgendwie als... Wo hast du das schlecht geplaced? Ein bisschen... Einiges ist als Scheiße. Ich glaube, das kann gerade ein bisschen so... Nein, das war... Ich habe die richtig gefeiert, ne? Aber... Ich habe... Ich habe es nicht weg, nicht. Schade. Komm mal her. Ich habe... Was für Hitze in mir gibt. Ja, Alter, wie... Wie kann er mich denn hinten, wenn ich... Hä? Mann, Pinkplayer, Noob, Opfer, Fotze, Hurensohn. Sehr schön. Gut, dass ich die kombiniert habe. Das wäre, glaube ich, jetzt schon kaputt. Aber ich... Wrecke halt nicht. Komm. Ja, los. Komm her. Komm. Ja. Guck mal, willst du nochmal brennen? Hier. Das ist aber auch richtig schlecht geplaced von mir. Ja, er sieht's eh. Kommt. Aber er brennt wieder. Sehr schön. Und er geht ins Wasser. Ja, gut so. Ne, ist eigentlich nicht gut, weil dann kann er nicht ausbrennen. Ich müsste halt an sich, glaube ich, wieder drauf eigentlich. Weil anders werde ich so schnell nicht an Essen kommen. Und jetzt rennt er weg und ich habe fünf... Ja. Doch, das könnte gut gehen. Yolo. Ich brenne. Und ins Wasser. Ich gehe ins Wasser. Nein, ich schaffe es nicht ins Wasser. Oh, war das knapp. Ich... Ich habe hier ein paar ganz relativ knappe Files. So, das ist... Nicht übermäßig knapp so. Also, aber ein bisschen, ne? Also... Ich finde, ich mache das schon gut. Schnell essen. Essen. Komm schon. Essen. Ja. Ah, guck mal, wie gut das war in meinem Feuerzeug. Aber ich kann mir jetzt auch sowas machen. So. Essen. Es ist ja, ich mag Essen. Essen ist toll. Ich esse auch privat ganz gerne so. Ich finde das richtig lustig, was Chinesen essen. Weil Chinesen essen Hunde und so. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich finde das ekelhaft, aber ich finde es lustig. Chinesen generell irgendwie lustig. Oh, das geht richtig rassistisch gerade. Ja, also, ich würde sagen, äh... Ich bin rassistisch bewiesen jetzt. Bitte versteht Igno nie. Aber ich denke mal, das tut ihr. Ich habe mich chinesin in der Klasse. Der macht dann auch mal sowas von lustig. So, wo ist der Spawn? Mein Orientierungssinn. Yeah, er kommt wieder zur Geltung. Wo ist der Spawn? Aber mal ganz im Ernst. Ich hoffe mal, dass ich den jetzt nicht mehr finde. Weil ich bin so viel im Kreis gelaufen jetzt in der Runde. So durch dieses ganze Wegrennen und so. Ich habe zwölf Tracker. Yo, was los? Sehr glatt wie bei Ender Games hier. Kennt ihr das, wenn man bei Ender Games so im Late Game irgendwie so 150 Tracker hat? Ich finde das immer richtig cool. Ich finde das definiert immer so ein bisschen so, wie cool bei der Runde war. So, ne? Wenn man mehr Tracker war, desto mehr... Keine Ahnung, ich feiere das irgendwie voll. Aber jetzt soll ich mal aufkommen, dass die Kämpfe hier immer gleich ablaufen, bis auf den ersten. Ich renne immer weg. Und spam mein Feuerzeug. Und dann lande ich... Und dann gehe ich in den Nahkampf, lande in den Lackerkombo und... Und gewinne dann irgendwie mit anderthalb Herzen oder so. Weil, glaube ich, bisher jeder Kampf in der Runde war... Yo, komm, übertreib ich für mein Eisenschwert doch! Alter, ist das ein Dreier-Team? Bitte ver... Ja, das sieht ganz so neu aus, ne? Ja, geil. Okay, das wird jetzt ne Herausforderung. Sagen wir, in der Brücke können wir ein bisschen spammen. Cool, kann ich doch nicht. Cool, wie ich mein Feuerzeug nicht setzen konnte. Jetzt aber. Hat aber nichts gebracht. Ja, die sind aber ein bisschen weit auseinander. Dann müssen wir nur zwei, glaube ich doch. Nee, stimmt. Wir kann ich nicht setzen, warum nicht? Hier aber. So. Dann erst voll ins Feuer reingelaufen. Das ist schön. Komm, komm, komm. Komm, den einen will ich zumindest. Nein, fuck. Den haben wir aber auch nicht mehr viel, glaube ich. Naja, lauf weg, lauf weg, lauf weg. Ist gut, kannst du... Nein! Fuck, ich stelle. Schütz-schütz-schütz-schütz-schütz-schütz. Ich komme, nein, ich darf nicht was tun. Zuspät. Tod. Drei Herz hat er noch, schade. Ja, aber GG, das war ein relativ cooler Teamfight. Also, das hat mir ziemlich gut gefallen. Damit würde ich sagen, ähm, war es das mit der Runde. Wenn euch das gefallen hat, äh, lasst einen Like da, abonniert den Kanal, blablabla. Ich mache jetzt auch mal so coole Werbung, weil ich es kann. Und, äh, ja, da würde ich sagen, haut rein, viel Spaß beim Leben und ciao.